Lalalalalalalalalalalalala Ah ja, ne? So ist das! Aber ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt ... Ob wir das hier jetzt so ... Ich habe einen Bekannten. Dem geht's gut. Einwandfrei. Der hat Nachwuchs auch jetzt. Dem ist mal eine Zeit lang gar nicht gut gegangen. Aber überhaupt nicht. Da war ich sogar bei diesem Arzt. Bei diesem Neuro-Sportfreund. Der hat gesagt, er muss in Zukunft gucken, dass er guckt. Und er muss jetzt nach vorne schauen. Alles andere ist erst mal primär. Bis er mal da halbwegs. Und auch beziehungsmäßig muss er klar ... Da, ne? Weil er hat gesagt, Probleme in einer Beziehung können sich auch auf das Privatleben auswirken. Da ist er einmal klar insgesamt. Was will ich? Ja, was will ich? Will ich Kinder, Haus, Ehe? Oder will ich vielleicht lieber Sicherheit und Halt? Da muss er sich einmal klar ... Und wenn er nicht weiß, wie und was, dann soll er sich im Zweifel immer fürs Richtige entscheiden. Das wäre immer besser. Aber mit seinem Nachwuchs jetzt ... Die habe ich ja ein ... Ein Kind. Wie alt ist das? Maximal so. Wenn du siehst, die Füßchen, die Päckchen ... Die Ärmchen auch. Im Endeffekt ... Ja, der Jürgen ist ja der Einzige, der nicht weiß, dass er es gar nicht ist. Der Vater. Ja, man muss ja nicht alles wissen. Ich sage immer, die Füßchen und die Fingerchen wie im Jürgen aus dem Gesicht. Ja, aber die habe ich sich so gefreut, dass das jetzt endlich mal reibungslos ... Und am Schluss war ihm alles egal. Die habe ich sich ja kennengelernt über einen ... Wie heißt es? Nicht Makler. Die habe ich sich kennengelernt über einen Kontakt. Gibt es ja. Er sucht sie und weiß weiß ich, wer am Suchen ist. Da sind wir zusammengesessen. Die Ding hat gerade ihre Zeitung gelesen. Die liest ja immer den goldenen Schuss. Wie die Zeitung. Und am Jürgen, seine Schwester, war dabei. Und die so ... Frauenkampfdruck da ... Oh, Frauen ... Genau, und weil die dabei war, habe ich mir gesagt, was schreiben wir da jetzt rein? Und weil die dabei war, sagt der Jürgen ihm Spaß. Wie hat er ... Jetzt warte mal, dass ich liege. Nicht, dass ich es zusammenbringe. Meine Traumfrau hat eine eigene Meinung. Genau. Und ist stark genug, diese auch für sich zu behalten. Genau. Im Spaß. Das war ja ... Nee, das war ja im Spaß. Im Blödsinn war das ja. Aber du hättest wohl seine Schwester sehen müssen. Die ist halb aufgesprungen. Ja, das ist wieder typisch. Hier werden wieder Objekte wie ... ... Frauen behandelt. Da ... Dann habe ich gesagt, es war ein Witz. Hier behandelt doch niemand irgendjemand wie eine ... ... Frau. Da ... Das war ein Witz. Ja, mit Witzen fängt es immer an. Und am Schluss ist kein Ernst mehr. Und dann ist der Spaß voll. Da ... Die bei der da ... Die weiß immer was. Na, auf alle Fälle haben wir gesagt, Jürgen, du musst da was reinschreiben, wo man auch klar sagen kann, das bist du. Du darfst da nichts erfinden und den großen Max machen. Das ist wie ein Bumerang. Ja, wenn ich treffe, ist dann da ... Wer lügt, braucht ein gutes Gedächtnis. Ja, da musst du aufpassen. Und dann haben wir reingeschrieben ... Jürgen sucht ... Äh ... Schiffre. Jetzt geht es weiter. Danke.